Okay, let's try something different. Und wenn ihr euch die Kette dann gekauft habt, dann müsst ihr zurückgehen zu den Handschuhen und euch alle Handschuhe kaufen und dann werdet ihr sehen, dass ihr nur 11 Handschuhe habt, aber ihr braucht für diesen ganzen Glitch 23 Handschuhe. Und damit ihr die 23 Handschuhe bekommen könnt, müsst ihr euch ein paar bestimmte Outfits an der Kasse kaufen und zwar die Outfits aus der Kategorie Outfit Team Maskiert, Outfit Team Schwer und ein paar Overworld und zwar 3 Stück sind das. Und zwar müsst ihr den schwarzen Overworld kaufen, den blauen Overworld und den weißen Overworld. Und wenn ihr euch die Outfits dann gekauft habt, dann habt ihr 23 Handschuhe und könnt den ganzen Glitch jetzt machen. Jetzt könnt ihr nämlich zu dem Outfit Raubüberfall Tarnung hingehen und müsst dieses Outfit nehmen mit der Weste und diesen langärmlichen Dingsbums da drauf. Auf jeden Fall wählt ihr jetzt das Ganze aus und geht jetzt in das Interaktionsmenü, auf Inventar, auf Accessoires und dann etwas nach unten zu den Ketten und drückt bei der Kette nach links. Und dann werdet ihr sehen, dass alle Outfits auf einmal weg sind und ihr nur diese Kette anhabt. Und jetzt müsst ihr zu den Handschuhen gehen und auch nach links drücken und boom, werdet ihr sehen, dass eure Unterarme unsichtbar sind. Und dieser Glitch ist mega einfach. Ich hoffe euch gefällt dieser Glitch genauso wie mir. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich und bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.